Heute möchten wir Ihnen unsere neue Ausstellungsküche aus Kirschbaum und Keramik vorstellen. Die Keramik hat farbige Elemente, die farblich genau zum Kirschbaum passen. Und die gleiche Keramik, nur viel dünner, ist auch im Oberschrank zu sehen und in der Inselwände. Da wird sie sogar beleuchtet. Die erste Besonderheit sind die Würmlöcher auf den Fronten. Unsere Tiertrainerin hat sie auf Design getrimmt und das Ergebnis können Sie hier bewundern. Für uns ist es ein wunderbares Naturschauspiel, aber es ist nur ein Beispiel für unsere unendlichen Möglichkeiten der individuellen Gestaltung. Natürlich machen wir auch Massivwurzbüchen ohne Würmlöcher. Direkt neben dem Kochfeld können Sie Ihr Smartphone einfach ablegen und es wird induktiv aufgeladen. Unsere berühmte Schubladeneinteilung im Verkochbesteck oder auch Gewürze ist ausschließlich aus Massivholz und kann werkzeuglos selbstbeliebig eingestellt werden. Die raffinierte und anpassbare Einteilung im Backofenhochschrank für Bräter, Backbleche, Tabletts oder Schneidbretter. Besuchen Sie uns und testen Sie unsere Fürstsprachenküche selbst. Sie ist wirklich ganz toll, aber auch Ihre ganz persönliche Küche machen wir ganz nach Ihren Wünschen. Bis bald!